So, dann gehen wir wieder runter. Da nehme ich jetzt allerdings einen anderen Weg. Entschuldigung. Gehen wir da lang. So, dann gehen wir wieder runter. So, dann gehen wir wieder runter. Ich muss mal kurz hier rüber schwenken. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir rein. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Hier übrigens ein Teil des Viaswissens. Das ist leider sehr schwer, die Kamera zu sehen. Ich glaube, ich sollte mir mal eine Triebwohle bieten. Geh mal weiter. Inzwischen weht ein ganz leichter Wind. Okay, genießt. Einfach mal den Abgang. Geh mal runter wieder. Geh mal runter. Geh mal runter. Was die Leute auf dem Tor machen, hier schaut. Geh mal runter. Hoppala. Ich geh wieder hier auf den Raster. So. Geh mal lang. Geh mal. Hier lang. Geh mal runter. Geh mal runter. Und da, wie hat der indirect! Geh melet rein. Geh mal runter. 탄atników neuilly. Geh mal runter. Ich nehm jetzt das hier. Meinen Schatten. Ja, ich gehe mal weiter. Es macht richtig Spaß, übrigens im Olympiapark zu joggen. Ich gehe mal weiter. Ich laufe etwas vorsichtig. 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 So, jetzt gehe ich noch zum Olympiasee vor und dann schalte ich wieder die Kamera ein. Bis gleich.